Jeder moderne Browser verfügt heutzutage über sogenannte Entwicklerwerkzeuge, mit denen kann ich zum Beispiel den Hintergrund von Google rot einfärben. Und in diesen Entwicklerwerkzeugen ist auch eine sogenannte Konsole enthalten und darin kann ich Programmiercode ausführen von der Programmiersprache JavaScript. Und mit der kann ich hier drin zum Beispiel das Google-Logo unsichtbar machen. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr die Konsole in eurem Browser öffnen könnt. Ich erkläre das für alle fünf großen Browser, sowohl für Windows als auch auf Mac. Hier ist jetzt eingeblendet, wann ich das für welchen Browser erkläre, ihr könnt also unten in der Zeitleiste direkt an die Stelle springen, wo ich das für euren Browser erkläre und anschließend geht es am Schluss des Videos weiter. Bei Chrome auf Windows geht ihr rechts oben in das Menü, geht dort auf Tools und dort auf JavaScript-Konsole. Alternativ könnt ihr auch Ctrl-Shift-J drücken. Klickt nun ans Ende des Videos, um fortzufahren. In Firefox auf Windows geht ihr links oben in das Firefox-Menü, geht dort auf Webentwickler und könnt darüber die Webkonsole öffnen. Alternativ könnt ihr auch Ctrl-Shift-K drücken. Geht nun ans Ende des Videos, um fortzufahren. Im Internet Explorer auf Windows geht ihr rechts oben in das Menü, geht dort auf F12 Entwicklertools und da findet ihr die Konsole. Alternativ könnt ihr, wie der Name schon sagt, F12 drücken, um die Entwicklertools aufzurufen. Klickt nun ans Ende des Videos, um fortzufahren. In Opera auf Windows könnt ihr einen Rechtsklick machen, wo ihr Element untersuchen findet, was Opera Dragonfly ausklappt. Dort habt ihr auch eine Konsole. Alternativ könnt ihr Ctrl-Shift-I drücken. Klickt nun ans Ende des Videos, um fortzufahren. In Chrome auf Mac geht ihr rechts oben in das Menü, geht dort auf Tools und dort habt ihr die JavaScript-Konsole. Alternativ könnt ihr auch Alt-Command-J drücken. Klickt nun ans Ende des Videos, um fortzufahren. In Firefox auf dem Mac geht ihr auf Extras, dort auf Webentwickler und dort habt ihr die Webkonsole. Alternativ könnt ihr Command-Alt-K drücken. Wenn ihr Firebug installiert habt, könnt ihr auch Firebug öffnen und habt dort die Konsole. Dann braucht ihr die andere nicht mehr. Eventuell müsst ihr sie erst aktivieren, aber das geht mit einem Mausklick. Klickt nun ans Ende des Videos, um fortzufahren. In Safari müsst ihr zuerst die Einstellungen öffnen. Drückt dazu Command-Komma oder geht auf Safari und dort auf Einstellungen. Wenn ihr in dem Menü seid, geht auf Erweitert und dort seht ihr unten Menüentwickler in der Menüleiste anzeigen. Das aktiviert ihr und dann seht ihr, es erscheint ein neues Feld in der Menüleiste namens Entwickler und da habt ihr lauter Entwicklerwerkzeuge, unter anderem auch Fehlerkonsole einblenden. Klickt da drauf, denn das ist eure Konsole. Alternativ könnt ihr auch Command-Alt-C drücken. Geht nun ans Ende des Videos, um fortzufahren. In Opera auf dem Mac geht ihr auf Darstellung, Entwicklerwerkzeuge und dort auf Opera Dragonfly. Dort findet ihr nämlich auch eine Konsole. Alternativ könnt ihr Command-Alt-I drücken. Ich werde den ganzen Kurs über Chrome auf dem Mac benutzen, aber das, was ich hier zeige, sollte eigentlich auch in allen anderen Browsern funktionieren. Geht nun in die Konsole und tippt ein Anführungszeichen ein und anschließend Hallo Welt, ein zweites Anführungszeichen und anschließend Enter. Damit habt ihr jetzt eure erste Zeile JavaScript geschrieben. Ihr habt jetzt also erfolgreich eure erste Zeile Code ausgeführt. Hallo Welt ist traditionell das erste, was man ausgibt, wenn man eine neue Programmiersprache lernt, d.h. das habt ihr jetzt erfolgreich gemacht. Was das ist, was wir hier gemacht haben und warum da zum Beispiel Anführungszeichen drumherum sein müssen, das zeige ich euch in dem nächsten Video. Um das zu sehen, klickt nun hier in das große Feld in die Mitte oder, falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, z.B. bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran! Like, Klikken, 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 Klikken